Wer sich mit Durchfall und Bauchkrämpfen plagt, muss nicht gleich zur medizinischen Keule greifen. Die Zutaten für einige Hausmittel finden sich direkt in der Küche. So hilft beispielsweise weichgekochter Reis mit Salz, das überschüssige Wasser im Darm zu binden. Wir verraten drei Geheimrezepte, die den Durchfall stoppen. Beim Kochen von Reis entstehen Schleimstoffe, die das Wasser im Körper binden, erklärt Dr. Miriam Ottiz, Allgemeinmedizinerin und Expertin für Naturheilverfahren an der Karite Hochschul Ambulanz für Naturheilkunde in Berlin gegenüber dem Magazin Baby & Familie. Das Salz gibt dem Körper Elektrolite zurück, die bei Durchfall vermehrt ausgeschieden werden, so die Experte. Dazu kocht man eine Tasse Reis mit zwei Tassen Wasser und einem halben Teelöffel Salz auf und lässt den Reis ziehen, bis er weich ist. Das Rezept stammt ursprünglich aus der Türkei und wird dort vor allem Kindern mit Durchfall gegeben. Auch eine Möhrensuppe kann bei Durchfallwunder wirken, wenn man sich an ein spezielles Rezept hält. Bei der Möhrensuppe handelt es sich um ein altes Hausmittel, das dem gefährlichen Flüssigkeitsverlust bei Durchfällen entgegenwirken soll. Als Heilmittel wurde sie vom Heidelberger Kinderarzt Prof. Ernst Mohr, entdeckt und nach ihm benannt. Das Rezept ist denkbar einfach, 500 Gramm geschälte Karotten werden in einem Liter Wasser eine Stunde lang gekocht und dann im Mixer püriert. Der so entstandene Brei wird erneut mit Wasser auf einen Liter aufgefüllt und mit 3 Gramm Kochsalz gewürzt. Die Suppe sollte am besten gleich zu Beginn der Beschwerden und mehrfach täglich in kleinen Mengen verzehrt werden. Tatsächlich geht es bei Durchfall in erster Linie darum, die Verluste von Wasser und Elektrolyten auszugleichen. So verliert der Körper nicht nur gewöhnliches Kochsalz, sondern beispielsweise auch Kalium und Citrit. Um die Mineralien zu ersetzen, lässt sich eine Elektrolytlösung leicht selbst herstellen, dazu wird ein Viertel Teelöffel Kochsalz und Viertel Teelöffel Backpulver in einem Liter Wasser aufgelöst, das vorher abgekocht wurde. Dazu gibt man zwei Esslöffel Zucker oder Honig und eine halbe Tasse Orangensaft. Der Saft enthält unter anderem Kalium. Anstelle des Saftes kann man auch ein bis zwei Bananen zerdrücken und dazu essen. Weniger wirkungsvolle Hausmittel gegen den Durchfall sind Salzstangen und Kohle. Denn mit Salzstangen wird beispielsweise nur Kochsalz ersetzt. Auch Kohle ist nicht zu empfehlen, denn durch den Zucker nimmt die Wasserausscheidung im Darm zu und der Stuhl wird noch weicher. Das enthaltene Koffein regt zudem die Nieren an und der Flüssigkeitsverlust steigt. Doch es gibt weitere natürliche Heilmittel, um den Durchfall zu stoppen. Zum Beispiel geriebenen Apfel oder verdünnten Apfelsaft. Die Frucht hat einen stopfenden Effekt. Milchprodukte sollte man hingegen meiden. In jedem Fall sollten Durchfallpatienten viel trinken, um den Flüssigkeitsverlust in ihrem Körper auszugleichen. Bei starkem Durchfall sind drei Liter pro Tag das Minimum. Als Getränke eignen sich stilles Wasser und Tee. Auf Kaffee und Alkohol sollte man in dieser Zeit verzichten. Wenn trotzdem keine Besserung eintritt und der Flüssigkeitsverlust nicht weniger wird, sollten Sie einen Arzt aufzusuchen. Besonders ältere Menschen vernachlässigen bei Durchfall die Flüssigkeitszufuhr und riskierten eine lebensbedrohliche Auszocknung. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. E. I. J. R.